Wir haben das Jahr 2017 Die Menschheit ist immer noch nicht vereint Die sind getrennt in Rassen Obwohl wir eine Rasse ergeben Rasse Mensch Der Mensch feindt sich selbst Feindt sich selbst Es ist eine kalte Welt In der Gefühle wenig Rolle spielt Es geht sich um Geld Macht, Macht, Geld Die Menschheit dieser Welt Hat einen und denselben Feind Doch sie bekämpfen einander Sie selbst das Leid Sie ist selbst der Feind Verkennen aus Gier bewusst Das was sein muss, sein sollte Wir haben eine Wahrheit, der wir folgen sollten Menschen, die uns in die falsche Richtung lenken Weil sie dran verdienen Mit Blutgeld ihre Taschen füllen Sie zerstören Mutterwelt Vor lauter Gier nach dem Geld Vergessen sie ihre Kinder von morgen Sie selbst morgen mit Fleisch und Blut Dadurch das, was sie bringen Mutters Erde tut Rauben sie ihren Kindern die Chance aufs Leben Wo sollen sie eines Tages hin, wenn es die Erde nicht mehr würde geben? Wo sollen sie 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 Im Mittelalter glaubte keiner, dass es all das geben wird, was wir heute besitzen Und damals glaubte man, es sei die Spitze von dem Wissen, was man wusste Und auch heute weißt du nur das Nötigste Auch wenn wir all diese Dinge haben Wissen wir nicht viel Die Zeit wird zeigen, wie primitiv wir doch eins waren Tausend Jahre später bewahre All diese Menschen, die schon heute 2017 Vor all dem die Menschheit warnten All diese Menschen offenbarten Ein Stück Geschichte World 2017 Ein Stück Zukunft wird gerichtet Es kommt der Tag, von dem ich sag Er wird die Menschheit vereinen Alle Nationen werden sich zu einem Volk vereinen Die Bedrohung wird ihnen zeigen Wird sie lernen, dass sie nur als eine Einheit überleben können Mensch dieser Welt Es ist an der Zeit, dass du den Wert dieser Welt erkennst Du misshandelst alles selbst Nimmst alle diese Zeichen der Natur nicht ernst Kämpfst gegen sich selbst, gegen Rasse Mensch Weil du wegen deiner Gier all das verkennst All die Wahrheit wird unterdrückt All die Wahrheit, die die Vollkommenheit bringt Weil sie nicht in euren Augen die gewünschte Summe bringt Geld wichtiger, wie das Leben dieser Welt Ich seh den Menschen und seh, wie er sich selbst und seinen eigenen Lebensraum zerstört Der Grund, das Люstar nicht in euren Leben nis 110 Wes 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 Vielen Dank.